Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, lassen Sie mich eines vorneweg sagen. Die Verknüpfung der Arbeitsmigration mit dem vorher beschlossenen Abschiebegesetz ist eine politische Bankrotterklärung dieser Bundesregierung. Die einzige Kategorie, und das haben Sie ja heute mehrmals wieder bestätigt, Herr Minister, nach der Sie Menschen bewerten, ist der wirtschaftliche Nutzen. Und wenn die Menschen da nicht reinpassen, schiebt man sie mit aller Härte ab oder steckt sie auch noch in den Knast. Das und die Art und Weise, wie Sie das diese Woche hier durchgezogen haben, zeigt doch ganz deutlich, offensichtlich ist Ihnen jeglicher politischer und auch jeglicher humanitäre Anstand verloren gegangen. Nun zum vorliegenden Gesetzesentwurf. Die Bundesregierung will ja mit diesem Gesetz Fachkräfte anwerben. Die gleichen Rechte werden Ihnen jedoch verweigert. Indem Sie als Bundesregierung den Arbeitsvertrag an den Aufenthaltsstatus koppeln, machen Sie die angeworbenen Fachkräfte erpressbar und zwingen Sie schlechte Arbeitsbedingungen und Löhne zu akzeptieren. Nachdem es in unserem deregulierten Arbeitsmarkt schon Beschäftigter zweiter Klasse gibt, also welche mit befristetem Arbeitsvertrag und in Leiharbeit, organisieren Sie jetzt den Unternehmen auch noch Beschäftigte dritter Klasse. Mit diesem Gesetzesentwurf werden angeworbene Fachkräfte in der Praxis zu Entrechteten im Betrieb. Das ist mit den Linken nicht zu machen. Schon jetzt werden ausländische Arbeitskräfte häufig nicht entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt. Sie sind doppelt so häufig in befristeten Arbeitsverhältnissen und in Leiharbeit als einheimische Arbeitskräfte. Sorgen Sie doch endlich für gute Arbeit für alle Beschäftigten. Und nehmen Sie doch endlich die Arbeitgeber in die Pflicht. Das Mindeste sind doch Tariflöhne und feste Arbeitsverträge. Und es ist schön, liebe SPD, dass Sie sich bei der Beschäftigungsduldung durchgesetzt haben. Aber leider sind die Hürden so hoch, dass Sie für kaum jemanden zum Tragen kommen. Bei Ihnen können sich die Geduldeten anstrengen, wie Sie wollen. Eine echte Bleibeperspektive bekommen Sie mit diesen Gesetzen nicht. Der Spurwechsel gelingt so nicht. Und obendrauf garnieren Sie dann die Beschäftigungsduldung dann noch mit einer Stichtagsregelung. Sie gilt nur für diejenigen, die bis Mittwoch, den 1. August 2018, angekommen sind. Wer am Donnerstag gekommen ist, der hat dann schon Pech gehabt. Diese Regelungen und diese Gesetze können wir nicht mittragen. Die Linke steht für solidarische Zuwanderung und für gute Arbeit für alle.